Berg-Shandong-Idoli kämpfen, gelegentlich Berge, traf ein paar Leute auf dem Boden sitzen zu trinken. Sie werden kämpfen Li zu sehen, und sind glücklich. Aufzustehen, zog seinen Sitz, rennt Ost zu ihm. Li kämpfen Gericht Gerichte zu sehen, finden die Köstlichkeiten. Wein zu trinken, für eine Weile, Gelage und sehr stark, aber dünn und herben Geschmack des Weines. Plötzlich kam ein Mann in die Ferne, schmalen und langen Gesicht, etwa zwei Meter lang, der Kopf des Hutes groß und dünn, und fast die Länge des Gesichts. Jeder war überrascht und sagte ja Magami, das zu tun, sie haben sich zerstreut. Li wird auch Fuchsia Sondo in der tiefen Grube versteckt. Nachdem ein Kind aufblickte, Küche und Wein nichts gesehen, nur die Tonscherben im Urin ansammelt, und auf der Fliese nur einige Eitechsen stehen. Die Tonscherben im Urin ansammelt.